Was kann ich für Sie tun? Ich habe in den letzten Monaten sehr viel sonntags gearbeitet. Das war eine Zeit lang okay, aber langsam wird es sehr anangenehm. Ich mochte einfach mehr Zeit für meine Freunde und meine Familie haben. Aber Sie haben doch dafür den Mittwoch frei. Schon, aber alle anderen arbeiten ja am Mittwoch und mein Partner eben auch. Wir haben so wenig Zeit voreinander. Frau Becker, ich weiß, dass gerade viele Kollegen krank sind. Aber so geht das irgendwie nicht weiter. Ja, ich weiß nur gerade auch nicht, was wir da machen können. In meinem Arbeitsvertrag steht, dass ich hochsten einmal im Monat ein Wochenende arbeiten muss. Das ist für mich auch so in Ordnung, aber mehr geht eben nicht. Eventuell könnte ich Ihnen anbieten, dass wir die Sonntagsdienste ein bisschen besser bezahlen. Aber bevor ich das machen kann, muss ich mit dem Abteilungsleiter sprechen. Mehr Gehalt ist gut, aber eigentlich losst das Problem nicht. Ich weiß, wir brauchen mehr Personal. Leider ist es nicht einfach, zuverlässiges Pflegepersonal zu finden. Das ist nicht einfach, zuverlässiges Pflegepersonal zu finden.